Zum internationalen Tag der Kinderrechte. Kinderrechte auf Kosten der Elternrechte? Am 20. November ist der internationale Tag der Kinderrechte. Es soll daran erinnert werden, dass Kinder in der Welt Fürsprecher benötigen, die sie vor Gewalt, Chancenungleichheit oder Armut schützen. Das scheint auf den ersten Blick eine gute Sache zu sein, denn wer möchte nicht, dass Kinder wohlbehütet aufwachsen? Nicht nur in Deutschland kann man beobachten, dass eine immer größer werdende Lobby seitens der Politik und sogenannter Kinderschutzverbände Werbung für Kinderrechte macht. Aufgrund dessen entschied sich wohl eine deutliche Mehrheit der Bürger am 28. Oktober 2018 in Hessen für die Aufnahme sogenannter Kinderrechte in die Landesverfassung. Obwohl die Rechte der Kinder im Kinder- und Jugendhilfegesetz im Adoptionsrecht, im Straf- und Verfahrensrecht und in den gesetzlichen Regelungen für Eltern von Pflegekindern bereits gesichert sind, plant die Bundesregierung für 2019, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Das Aktionsbündnis Demo für Alle warnt seit Längerem, dass mit einer Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz eine Beschneidung von Elternrechten einhergehe. Bestätigt wird dies nun durch die Herausgabe eines 2018 erschienenen, aktualisierten Leitfadens der regierungsnahen Amadeu Antonio Stiftung mit dem Titel »Ene Mene Mu« und »Raus bist du« – Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik. Durch diesen Leitfaden sollen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen darin geschult werden, rechtspopulistische Einflüsse rechtzeitig zu erkennen und zu kennzeichnen. Beim Lesen wird deutlich, was die Autoren unter rechtspopulistischen Einflüssen verstehen und auf welche Weise Kinderrechte gegen Eltern eingesetzt werden könnten. So sollen Pädagogen besonders auf jene Kinder ihr Augenmerk richten, die gut spuren, die als Mädchen Zöpfe und Kleider tragen, Haus- und Handarbeiten erledigen oder als Junge morgens schon einen längeren Weg zu Fuß in die Einrichtung zurücklegen. Möchten Eltern beispielsweise nicht, dass sich ihr Junge die Fingernägel lackiert, wäre das bereits ein Hinweis, dass man das Kind hinsichtlich einer geschlechtlichen Identität in der Familie einschränkt. Laut dem Leitfaden dürfen Eltern bestimmte geschlechtstypische Verhaltensweisen nicht festlegen. Auch deshalb heißt es, seien Kinderrechte für die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit nötig. Zudem sollen Eltern, die die neuen sexualpädagogischen Bildungsprogramme in Kindergärten und Schulen als schamverletzend und indoktrinierend ablehnen, als rechtspopulistisch, rechtsextrem, religiös-fundamentalistisch, antifeministisch oder homo-, inter- und transfeindlich bezeichnet werden. Und das, obwohl diese sexualpädagogischen Ideen bereits mehrfach von Wissenschaftlern widerlegt wurden. Hier entpuppt sich die sogenannte Chancengleichheit als Diktat, weil sie einseitig gegen die Weltanschauung und gegen den Willen der Eltern durchgesetzt werden soll. Diese Beispiele machen klar, dass es also nicht mehr wirklich um Kinderrechte geht, sondern darum, die Gender-Ideologie in der Gesellschaft durchzusetzen. Die Gender-Ideologen haben das feste Ziel, das Geschlecht als frei wählbar zu zementieren, entgegen dem von Natur ausgegebenen biologischen Geschlecht. Dies dürfte auch der Grund sein, warum vermeintliche Befürworter von Kinderrechten, wie zum Beispiel Prof. Dr. Jörg Maywald von der Deutschen Liga für das Kind eigene Maßstäbe der Eltern hinsichtlich ihres Verständnisses von Kindeswohl für problematisch halten. Die Sozialarbeiterin Eva Prausner vom Projekt Eltern stärken ist gar der Meinung, dass Kinderrechte bereits an der Stelle verletzt werden, wo Eltern ihrem Kind nicht die Wahlfreiheit lassen, zum Beispiel mit welchem Kind es spielen darf. Hier sieht die Pädagogin bereits Ansätze zur Kindeswohlgefährdung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das natürliche Erziehungsrecht der Eltern untergraben werden soll. Immer öfter und tiefer greifen Behörden unter Berufung auf das Kindeswohl bereits heute schon ins innerfamiliäre Leben ein. Ob es um Sexualkundeunterricht, Geschlechtervielfalt, unterschiedliche Erziehungsstile oder auch weltanschauliche Ansichten geht. Eltern, die anderer Meinung sind als zum Beispiel Vertreter der Genderideologie, könnten in Zukunft schlechtere Karten haben. Kinderrechte im Grundgesetz sorgen nicht automatisch, wie man meinen möchte, für mehr Kinder- oder gar Familienschutz. Vielmehr deutet alles auf eine neue Dimension eines immer mehr um sich greifenden Kontroll- und Behördenstaates hin. Elternrechte könnten so noch weit mehr eingeschränkt werden, bis dahin, dass Familien durch Kindesentzug bedroht und ganz zerstört werden können. Und wenn alle anderen, die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleichlauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell 1984